Liebe Anipta, wie war diese Woche für dich? Ganz bunt stein. Also, es hat alles übertroffen, was ich mir vorgestellt habe. Weil ich wollte ja die Kristallisierung machen mit Heilpriester 2, da hätte ich es ja gelernt. Und da ich den ja nicht mache, fand ich, wenigstens das jetzt bei der Santarama zu machen. Und Körper-Geist-Seele zu verbinden. Und es war wundervoll, so viel Transformation und Erfahrung mitnehmen zu Heilpriester. Es war einfach grandios. Zusätzlich noch die Naomi mit der Aufstellung. Wunderschöne Sachen dazugelernt noch dazu. Ja, was will man mehr? Ich danke dir von Herzen.